Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich immer weiter. Regen kommt lange gar nicht und dann plötzlich mit unglaublicher Heftigkeit. Der Krieg kommt näher. Können wir etwas dagegen tun? Corona hat uns einsam gemacht, aber in der Schule nimmt niemand Rücksicht drauf. Aber es gibt eine bessere Welt. Folge mir. Warte kurz, ich muss mal gehen. Tritt ein. Setz dich hin. Sobald du die Kopfhörer aufsetzt, wirst du alle Probleme vergessen. Genieße es. Hallo? Hi Lydia. Kommst du heute? Nein, lass mich in Ruhe. Ich muss ja gewinnen. Okay, aber kommst du bitte nächste Woche? Ja, sicher. Was ist das hier? Wo sind meine Freunde? Diese Welt ist voller Freunde. Sie sind immer erreichbar, überall auf der ganzen Welt. Du musst sie nur entdecken. 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 Rätet ein und befreit euch von allen Problemen dieser Welt. Bitte kommt morgen zum Club. Wir vermissen euch. Wir wollen nicht mehr nur diskutieren. Wir wollen endlich leben. Entspann dich einfach. Diese Realität ist viel schöner als die Alltagsrealität. Genau wie hier werdet ihr in jeder Welt irgendwann auf Probleme spüren. Warum rennt ihr alle davon? Lenk dich doch auch einfach ein bisschen ab. Die Realität ist eh nicht mehr zu rennen. Elisabeth, bitte geh nicht auch. Vielleicht ist es gut so. Du wirst nie verstehen, was es bedeutet, frei zu sein. Jonas, bist du morgen dabei? Wir können machen, was auch immer du möchtest. Okay, aber ich werde gehen. Ihr werdet nicht alle ewig vor der Realität fliehen können. Doch, ich kann. Sie wird dich einholen. Das wird sie nicht schaffen. Je länger du von ihr wegläufst, desto bitterer wird das Erwachen sein. Ich bin schneller als sie. Viel schneller. Wir können jeder sein, der uns sein wollen. Und alles tun, was uns vorstellt. Wir können jeder sein, der uns sein wollen. Und alles tun, was uns vorstellt. Willst du denn nicht in die Welten deiner Freunde? Wer bist du? Was hast du mit meinen Freunden gemacht? Deine Freunde sind ihrem innersten Verlangen gefolgt. Ich bin die innere Stimme. Du lügst. Und ihnen geht es dort viel besser als dir hier. Wenn du mir zeigst, wo meine Freunde sind, dann beweist ich dir das Gegenteil. Wer ist das? Ruben, bist du das? Lass mich in Ruhe. Ich werde allein sein. Warte Ruben. Ich will doch nur verstehen, was du hier machst. Hier bin ich der, der ich sein will. Das verstehst du gar nicht. Hier bist du nur der, den andere Leute sehen wollen. Dabei vergisst du vollkommen auf dich selbst. Komm aus deiner Bilderwelt heraus. Die Welt ist grausam. Ich bleib hier. Was erscheint denn in der Realität so grausam? Siehst du nicht jeden Tag die Bilder? Krieg, Leid, Klimakrise. Auch in der Schule nimmt keiner Rücksicht auf mich. Ich will das nicht mehr. Aber wir dürfen uns nicht in Bildern verstecken. Wir sind die nächste Generation und wir müssen gemeinsam Lösungen finden. Zieh mich nicht in irgendeine von deinen Debatten. Debatten sind das, was die Zukunft formt. Glaubst du das? Wirklich? Ja. Und der Debattierclub braucht dich. Die Zukunft braucht dich. Und ich brauch dich auch. Okay. Komm, ich helfe dir jetzt raus. Durch meine Freunde habe ich gelernt, dass wir unseren Alltag nur bewältigen können, wenn wir manchmal aussteigen und uns erholen. Parallelwelten sind nur gefährlich, wenn sie verschlossen und abgeschottet sind. Sind die Welten aber offen und vernetzt, dann sind sie eine Chance. Wir entspannen uns dort, tanken Kraft, vernetzen uns und lösen dann gestärkt die Probleme der nächsten Jahre. Untertitelung des ZSR